Willkommen bei Skyrim! Genau, wir spielen hier Skyrim aus dem Jahr 2004 und so. Das heißt, wir brauchen nicht Herr der Ringe, Rückkehr des Königs und so. Wir haben auch nicht alles durchgespielt. Damit ist jetzt hier jeder verstanden. Nuts! Genau, also wir spielen jetzt ganz toll Skyrim. Wenn wir die Slave machen. Keine Ahnung von dem Spiel. Alles gut ist. Ja, genau. Aber ich kenne wirklich. Lass mal deine Kirche oder gleich. Also welches Level? Scheiße? Ja, welches Level machen wir jetzt. Nicht die Pfade der Toten. Nein, das ist ein Dank. Dank für die Slave. Der König der Toten. Ne? Das kommt später zum Boss. Okay, dann machen wir den Scheiß. Äh, Ossi. Ja, das sind Drache. Das sind Drache. Drache ist doch immer gut. Irgendwann machen wir eine Krankheit mehr. Na los, machen wir eine Krankheit mehr. Oh. Ach, übrigens. Wir haben zwar alles durchgespielt. Alle Ländler zwangt sich und so. Alles aufzunehmen. Ach, solche Pros. Falls ich es nur nicht bemerkt habe, wir spielen jetzt Herrda Römer. Der König aus dem Jahr 24. Genau. Was natürlich einen anderen Namen hat. Das heißt, die Skyrim war so, ja. Mit. Wir schreiben natürlich über das Video dann auch so Skyrim, damit jeder denkt, hier wir spielen Skyrim. Ah ja, übrigens das ist Danta Nabel und ich bin Gerritter Six und ich bin endlich aus meiner langen Pause zurück. Und, 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 und ich hab bald einen neuen Kanal, die heißen Dope. Die Cracker und da machen wir einen Kommentar. Der ist irgendwie ein bisschen leiser, okay. Wir haben den Ton jetzt irgendwie ausgeschaltet. Das liegt doch nur daran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achso, ja genau. Ja. Ich bin ein bisschen... Ui. Oh, ich hab Angst. Ich bin weg. Ah! Ich hab... Ah! Ich hab auch Angst verpillt. Ah! Okay, das wäre bis beendet. Du bist so klein. Wir verlieren den Ring, haben verloren und... Jetzt hast du immer gegen meine Größe, Jungen. Ich heiße ihn! Ich heiße ihn. Können die nicht sterben? Die können wirklich nicht sterben. Ja, was glaubst du denn? Wenn du jetzt hier auf Kleinkäperjagd gehst, bist kein Kammerjäger. Ja, nicht Kammerjäger. Ja, aber wie ist dein Geld damit nicht? Ja, das stört. Natürlich. Geld. Ja, was ist denn da? Ja, was ist denn da? Man konnte jetzt sechs Sekunden... Oh! Alles gut. Was ist denn da? Jetzt kommt noch was. Was ist denn da? Was ist denn da? Ja. Schnelle Gerechtigkeit! Guck mal, ich hab morgen, ich hab morgen geleuchtet. Toll, was hab ich? Ich hab... Ja. Ja. Cool. Du musst, glaub ich, später gehen krank halten. Juhu. Oh, du hast schon den. Ah, und wer ist denn da? Der nette Kleine... Haben wir überhaupt noch nicht gesehen. Eddie. Guck mal, da ist Eddie. Ah ja, Eddie. Ah ja, wir machen jetzt eine Umfrage in diesem Video. Genau. Ihr sollt unter die Kommentare halten. Weil es ist am besten für den Dantanabler entzogen. Der immer großmaulige und... ...de wackige Dantanabler. Ja, der behindert sich immer einen Aufruf macht. Das pisst mich so an, dass ich gleich die Videoaufnahme abbreche. Ne, Gerrit? Der Gerrit ist fix. Oder der immer reinrinsende und ankotzende. Eddie, der noch keinen Kanal hat. Aber wenn er einen Kanal macht, dann macht er auch nur scheiß Videos drauf. Und, 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 und... Ich hab auch... Ich, 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 ich hab auch bei einem Kanal. Da... 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 Da sind ganz viele Videos. Und 50 Videos zu haben, also damit ich länger aufnehmen kann, dann mach ich dann einfach nur... Ihr... 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 Stattet einfach nur 50 Videos lang und sag Hallo zu euch, ne? Yeah, it's so awesome. Yeah, it's awesome. Ich leuchte so komisch rum, aber es hat nichts gepackt. Nein. Das ist ein Lappel. Ach ne. Hä? Nein, genau. Das ist... Das ist doch... Ah! Jetzt erholt! Woh! 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 Yes! Okay, wir können später noch mal eine Runde Tekken spielen. Ja, lass mir noch. Ich will noch Mal Communitatecken die machen, dann zieh ich dich da. Nein! Das machen wir nicht. Das ist ganz einfach nur wegen dem Grund, dass du die ganze Zeit zuläalt. Im Gegenwatz zu hier. Na klar Ich hab's auch seit zwei Monaten nicht gespielt. Ja… Das geht mir relativ am Arsch vorbei. Wir müssen den Rennen auch relativ am Arsch vorbei. Das war dann knapp daneben. Du legst zwar in deinem Lektor an der anderen Stücke und glaubst, dass du da unten in deinem Arsch aufstehst. Okay, Junge. Lass mich, dass du da keine Fortschritte dabei hast. Die sind mir immer so relativ am Arsch. Aber hey, hey, das sind keine! Ich hab doch den vollfrieden geblieben. Vollgeplatzt! Nein, einfach nix. Und hier ist nix. Oh Gott! Oh Gott, ich hab so viele Leben fahren. Und du auch. Oh Gott, ich hab so viele Leben fahren. Und du auch. Du kannst doch nicht spielen. Wieso verwirren wir uns hier? Keine Ahnung. Wieso sind wir so schlecht? Hm. Wo soll ich das machen? Ich hab so viele Leben aufgehört. Und du kannst nicht mehr in das von der Daumen fahren. Oh nein! Alles stört ins Leben. Ja! Hä, doch! Ja, wir sind hier drüber, dass ich da drüber bin. Hier drüber, dass ich da drüber bin. Ja, wir sind da drüber. Ich bin da drüber. Ja, wir sind da drüber. Ja, wir sind da drüber. Ja, wir sind da drüber. Hä? so das ist das ist ja leise Ja, ich will doch mal hin. Hallo! Oh, das ist ein kleiner Nerven. Was ist sowieso nie was? Na ja, klar, ich steh ja auch ein bisschen. Spinn ja ein bisschen. ich bin von zu hause jetzt klar machen wir gerne jetzt irgendwie Und jetzt irgendwie... Aha! BAM! Sterbt ihr Viecher! Oh, der war wirklich. Da sind aber gruselige Leute! Was wollen die von uns? Was wollen die von uns? Warum weißt du das? Die Armee soll ausgerückt sein! Demaschieren nach Gondor! Wir in der Dabwacken! Hey, was ist das? Wir haben Besuch! Schnappt ihn euch, Jungs! Hey, was ist das? Ich weiß nicht, wie ich schnappt. Das merkt sich nicht verpackt. Bringt ihn um! Bringt ihn um! Komm, her! Was ist das? Du bist jetzt her? Oh, guck mal! Da hängt ein netter Mann! Was ist mit dem? Was ist das Hallo? Was ist das? Ja, klar, toll! Du bist ja Jamie! Das ist ja auch ein Rügel! Ja! Den ist ja auch nicht übel! Oh, mir ist doch so ein Fäßig! Okay, jetzt bin ich nicht mehr. Was haben wir denn hier? Aber wie viel von hier? Das ist halt krank! Da ist doch eine irgendeine Degaspinne! Ich finde das spiegungslustig! Lustig! Komm und spinnen! Aber verdammte Spinnen! Das ist ein Nerven, ne? Pissen echt an! Ach! Jetzt! Wecken! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Okay, und da sind die letzte Leute! Hanzschuss! Wer ausrebt! Jiii! Oh Gott! So geht's! Okay, aber was hat ich das eigentlich gebracht? Wirklich? Wirklich? Meine Lieblingsgegner! Oh! Oh! Jetzt! Komm! Ficke! Ficke! Fickst den Boden ab, Junge! Ich meine, ich spinne! Ich spinne dich, weil gewaltig sind! Ich will den ganzen Boden! Da ist er! Da ist er! Oh! Komm schon! Ja! Ja! Junge! Oh Gott! Diese Luft! Wie! Oh Gott! Nerdig! Was ist ihnen? Nein! Wie in Superform? Und ich krieg den Gegner nicht, weil du einfach… Da! Jetzt! Oh Gott! Jaaaa! Asozial! Ach ja, übrigens, ich bin Legolasin! Falsch mal bemerkt, ne? rosen scheiße 1 juhu äh nein oh nicht mehr los am Arsch ich werde alle sterben oh ich bin Sack wie viele Pfeile habe ich rosen? ein paar Pfeile vorne ich weiß und ich kill euch alle mit meinem Pfeil ausgeschwächtig voll geh kacken geh kacken oh scheiße das ist ein feuer Piss dich dagegen wieso noch mal BAM du hast nur ein behindertes Problem die Probleme mit euren Eltern oder was wirklich mal es wird durch ein Hobby voll ich bin nicht gestorben keine Ahnung komm ich wiederbeleben verdammt 3 2 1 oh ich weiß was wir machen nimm ich sie auf das Netz schmeißen ah ja lustig lustig verdammt ich habe dich keine Ahnung ich komme ah ich bin hier raus diese hässlichen solche kleinen Pasta komm her komm her ah ja mit dem Spinnen so bisschen kämpfen das ist das ist doch lustig überall da ist es da ist es hier ist noch einer und schluck die wurden wir sind alle totes geworden oh ne einfach verarschen kacken so gut da so wo gehen wir hin genau lass mal da hin da ist es schön gemütlich aus da sieht es noch schön aus oh Gott das ist ein bisschen verlaufen ha das geht alt die sind jetzt nicht stark aber die nerven so als ich sehe sie nicht da ja ich sehe sie nicht da 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 stirb nütz und stirbe ich habe zwar nicht gesehen wie die Fackel das Ding getroffen hat aber egal los gehts ja wir sind richtig gut geht kacken ja kacki dumm 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 everybody is coming for ah schon wieder die gar nichts haben lässt ey warte mal das Video ist bald so ach das schneiden wir dann von zwei Videos ja so wie meine Freunde das schneiden sogar 15 Minuten bis mein Gott da ist grüne Lebensenergie ich brauche sie ich missbrauche sie ich brauche ich missbrauche meine Lebensenergie das machst du oder warme stirb ich wollte da nicht schießen ich wollte da nicht schießen hui eine Focke lass das ich komme dich auch gleich an rara hey ho los let's go so genau da hab ich genauso guck du Gott so und du hast das Leben genommen vielen Dank nee ich jetzt schon immer du hast das Leben genommen das Leben ist verschwunden die waren zu lang oh yeah ja oh da taupen 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 ich habe genau ja das ja ich fühl schon ja fast 100 oh yeah ii die scheiße ja endfalls mir wird schlecht ja wer ist das dass man froh ist ja der schöne kleine Frotto du siehst mal wieder gut aus hallo krank wie töten ihr sie Bam bam bambam bambam bamm Alter! Das passt nicht gerade. Oh ne, jetzt pisst sie sich nach oben und ver-fickt solche kleinen Pikchen. Ja, schön, dass ich sage, dass das nicht so gut ist. Aber ich habe schon praktisch die Wörter in den Abteil des Wärms, als ich die Wörter aufgenommen habe. Spider-Man! Spider-Man! Alter, Spider-Man, wissen wir jetzt was? Haben wir sie getroffen? Ja. Doch, wir haben sie getroffen. Spider-Man! Spider-Man! Okay, wir wissen die Spinne aus der Nachbarschaft. Alter Junge! Ah! Profile! Ja, dann kommt der! Los, los, los! Swing! Da ist ein Lebensrank! Da ist ein Lebensrank! Ja, sonst wäre er weggegangen. Oh! Ah, ich bin klar! Direkt auf Milch-Rusti! Ah, ich hab die Pfeile! Und eben schon! Und ich hab die Pfeile! Und ich hab die Pfeile! Und ich hab die Pfeile! Ah! Oh, das tut uns aber leid. Oh, und der ist voller Marsch! Und guck mal, da sitzt der kleine Hobby-Lose neben mir. Oh! Stopp! Oh! 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 Die soll mal aufhören! Oh, jetzt gerade, wo ich meinen Bogen gespannt hatte! Jetzt gerade, wo ich gespannt habe! Ja, nein, nein! Bumm! Jetzt alles live! It's a wonderful life! Warte, 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 warte! Da hinten ist irgendwas. Ich glaub das ist doch gut. Da ist doch nicht gut. Genau, wir benutzen das gleich zwei. Aber das ist froh, wir trinken jetzt was dann ins Leben. Ah, das Leben! Nee, Mann! Ah, da hat er dies genommen. Oh, was nimmst du immer das von? Du hast mich hingeschoben. Ja, klar! Du hast du auch ... Ja, beide sind herflich. Das können wir mal einen Arsch machen. Nein, sie springt nicht nochmal auf mich! Nein! Tod! Bam! Nein, sie geht nicht. Sie lebt zwar noch, aber sie verpisst sich einfach. Und Foto ist endlich tot. So, danach werden wir dann das Video aufmachen. Ich muss sagen, warum? Ja, das stimmt. Wir sind alle glücklich. Der Herr Ring ist vorbei. Das war's. Sauron regiert die Welt. Und sie ist glücklich. Das war toll. Wir sind so schlau. Nein, sie sind so dumm. Oder nee, wir machen jetzt Hinterhalt im Kopf. Und zensiert. Na toll. Ich hab mich schon auf dem Anker gefreut hier. Mich auch. Jetzt schneiden wir aber mal das Video. Wie viel kannst du eigentlich aufnehmen? 20? Keine Ahnung. Okay, was bist du? Nein, das bin ich. Ich hab, ich denke mal gut. Ja. Eingreif ich mal sehr gut. Es geht zeichnet. Siebenmal ausgezeichnet. Ja! Zwei perfekt! Ich bin sehr gut! Erklärung! Ich bin so awesome! Und du? Und du? Ich hab' dann mal gut. Ich hab' dann mal gut. Okay, ich hab' dir mal ausgezeichnet. Ein perfekter, glaub' ich. Zwei! Hey! Sehr gut! Sehr gut! Und du darfst auch nicht. Geil! Oh! Aber wieso musst du weiterklicken? Ah! 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 Ich hab' dann mehr ausgezeichnet. Ich hab' dann mehr Gegner getritten. Ich hab' dann zum ersten Mal live gespielt. Oh! Jetzt kann man Sachen kaufen. Die Deutschland sowieso schon alle gekauft haben. Oh! Oh! Wir kaufen uns auch immer schon gekauft haben. Geil! Yeah! Ich hab' dann schon gekauft. Du bist beim Einkaufen fertig. Ich geh' jetzt noch mal ein bisschen shoppen. Also die Pumps, die passen noch gut zu meinen Füßen, oder? Also ich finde... Ja, ich komm' mir... Ich hab' auch alles schon gekauft. Ey, ich kaufe mir ein paar Leute. Ich komm' mir auch auf. Ich komm' mir auch auf. Und den kämpf' ich. Du bekomm' nix. Ich kaufe mir... Ich kaufe mir... Ich kaufe mir jetzt mal ein schickes Auto hier. Also... So, was gibt's mir? Mercedes? Genau. Okay, okay. Ich hab' mir jetzt erst mal einen geilen Schlitten gekauft. Ich hab' mir jetzt erst mal einen geilen Schlitten gekauft. So, und damit fahr' ich jetzt ein bisschen Herr der Ringe rum, ne? So, und das war's jetzt, oder? Ähm... Kurze Pause jetzt mal ganz kurz. Ja, Pause. Tschüss, bis gleich wieder. Verbisst euch. J suis verse laugüись. Everyone. see her all and we're justZA. She's game! doctor and me sponsors you? She's like an Cologne.